Modul 1, Kapitel 3. Hast du Geschwister? Übung 1. Stefan, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Und du, Tobias? Ich habe einen Bruder. Und du, Karin? Hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Stefan, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Und du, Tobias? Ich habe einen Bruder. Und du, Karin? Hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Haben. Ich habe. Du hast. Er hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben. Ich habe einen Bruder. Du hast eine Schwester. Ich habe viele Geschwister. Zwei Brüder und zwei Schwestern. Bruder. Brüder. Schwester. Schwestern. Nett. Lustig. Sympathisch. Freundlich. Lieb. Doof. Blöd. Langweilig. Langweilig. Streng. Nervös. Nett. Lustig. Sympathisch. Freundlich. Freundlich. Lieb. Lieb. Doof. Blöd. Langweilig. Streng. Nervös. Nervös. Er ist. Er ist lustig. Er ist lustig. Er ist lustig. Wie ist deine Mutti? Sie ist freundlich und lieb. Wie ist dein Vati? Er ist streng und nervös. Wie bist du? Ich bin langweilig. Zahlen. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 40 50 50 60 60 70 80 80 90 100 200 100 200 1000 2000 2000 2000 BB 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 40 20 20 Einzig, einhundert, zweitausend, zweiundzwanzig, fünfundzwanzig, achtundzwanzig, dreißig, vierzig, sechzig, neunzig, einhundert, zweitausend Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Und du? Hast du Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Und du? Hast du Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Und du? Hast du Geschwister? Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 0, 10, 15, 36, 50, 78 Wie ist deine Telefonnummer? Wie alt ist Opa Franz? Er ist vierundsiebzig. Wie alt ist Tante Eva? Sie ist siebenunddreißig. Wer ist dreizehn? Tina Wer ist zweiundvierzig? Frau Mahlen Entschuldigen Sie bitte. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Haben Sie Geschwister? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie ist Ihre Telefonnummer? Entschuldigen Sie bitte. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Haben Sie Geschwister? Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie heißen Sie? Ich heiße Martin Langer. Wie alt sind Sie? Ich bin 48 Jahre alt. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Wie ist Ihre Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer? Ich bin naja, wie der ist. 48 teams Zusatz Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin 29. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 39 87 80. Hallo, ich heiße Georg. Georg Schmidt. Ich bin 14 und habe eine Schwester. Sie heißt Karin. Guten Tag, ich bin Frau Becker. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Einen Sohn, Martin, und eine Tochter, Susanne. Hallo, ich heiße Georg. Georg Schmidt. Ich bin 14 und habe eine Schwester. Sie heißt Karin. Guten Tag, ich bin Frau Becker. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Einen Sohn, Martin, und eine Tochter, Susanne. Der Vater Der Opa Der Bruder Der Onkel Der Freund Der Sohn Die Mutter Die Oma Die Schwester Die Tante Die Freundin Die Tochter Die Eltern Die Großeltern Die Geschwister Die Brüder Die Schwestern Die Kinder Die Schwestern Die Schwestern Geschwister Geschwister Schwester Ü Fünf Müller Ö Blöd Jörg Zwölf Zwölf Ei Einzelkind Nein Verheiratet F Von Vier Verheiratet Ich Zwanzig Dreißig Lustig A Bruder Mutter Vater Jörg Jörg Ist zwölf Hast du auch Geschwister? Ich habe eine Schwester Sie heißt Marlene Sie ist sehr freundlich Und ganz lieb Und du hast du auch Geschwister Und du hast du auch Geschwister Und du hast du auch Geschwister Hey Hey Du Und du hast du auch Geschwister Und du hast du auch Geschwister Und du hast du auch Geschwister Hey Hey Du Ich habe einen Bruder Er heißt Andreas Er ist sehr lustig und ganz nett Und du hast du auch Geschwister Hey, hey, du Und du hast du auch Geschwister Hey, hey, du Ich habe keine Geschwister, ich bin allein Es ist so langweilig und ganz doof Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Hey, hey du Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Hey, hey du Hast du auch Geschwister? Ich habe eine Schwester, sie heißt Marlene Sie ist sehr freundlich und ganz lieb Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Hey, hey du Ich habe einen Bruder, er heißt Andreas Er ist sehr lustig und ganz nett Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Hey, hey du Ich habe keine Geschwister, ich bin allein Es ist so langweilig und ganz doof Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Und du hast du auch Geschwister? Hey, hey du Und du hast du auch Geschwister Hey, hey du Und du hast du auch Geschwister